Hallo liebe Leute, liebe Playcast Community, großes Announcement und zwar, es ist wieder Beefzeit. Ja, es ist schon einige Zeiten her, ich glaube es war noch in der Zeit der Staffel 1 des Playcasts, dort haben wir eine lustige Unternehmung mal genommen, und zwar Playcast vs. The Community. Und wir haben Counter-Strike Source gespielt. Wir haben leider verloren, liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht mitgespielt habe, sondern nur kommentiert habe. Und daher ist es wieder Zeit für Beef, denn so eine Niederlage lassen wir nicht auf uns sitzen. Deswegen werden wir in ca. 3 Wochen, das wird der 16., 17. und der 18. Dezember sein, eine Rückrunde machen. Wer Lust daran hat, teilzunehmen, der möge sich ins Forum eintragen. Wo werde ich, da werde ich noch einen Thread erstellen, steht dann alles mit in der Beschreibung drin und so weiter und so fort. Und diesmal die Aufstellung ist ein bisschen anders wie beim letzten Mal, unsererseits. Ich werde nämlich mitspielen, dann wäre noch weiter der Matthias wäre auf jeden Fall dabei, der Nico wäre hoffentlich dabei, die Samu ist bestimmt wieder dabei, vielleicht macht der Rodriguez mit. Und vielleicht ist auch wieder der Jan dabei, wer genau jetzt mitmacht, weiß ich nicht. Aber ich mache auf jeden Fall mit, damit wir auch mal gewinnen. In dem Sinne freue ich mich drauf, freue ich mich echt drauf, mal wieder die Community eine Runde zu bashen oder ihr uns. Vielleicht wird es auch zum 2 zu 0 und wir dann dürfen uns nämlich extrem schämen. Und dann wird das nächstes Mal bei einem anderen Spiel gemacht, z.B. Halo oder so. In dem Sinne, reingehauen, euer Lohmüller.